Ja, willkommen zurück bei der neuen Folge Ich hüpfel über die Mauer. Oje, da ist noch. War mir so klar. Aber ich finde, ich finde unser... Ja, wo denn? Ja, irgendwie einer sieht mich noch, ne? Ach, der vorne, ja. Oh! Ohoho! Willst du mich mal verarschen, da? Wie? Da, so geht das so! Da haben wir uns zwei auf einmal jetzt mit... Alter, ja klar! Der verlust sich da, das Upgrade der Waffe ja. Wurde sein, das ist voll gut, diese Waffe, ey. Ich mein, die, ähm, Amos ist auch Burner, aber ganz ehrlich, die anderen sind besser, weil... Ja, Rot ist ja klar, oh, da ist ein Fall. Ach, nein. Nein, ich hab's nicht so mit... Ich hab doch auch alle verkackt, weil... In der Mitte, in der Mitte! 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 Seit ich geschnallt hab, dass man nicht mal auskriegt hat. Wie ist das eigentlich? Und da ist doch... Ja, äh... Ding dann auf! Das Sammeln! Sammeln! Ich bin das Sammeln, Männchen! Alalalala! Ah! Ah, da oben! Äh, warte mal! Ist da das Drei, ne? Wie nix mit, ne? Warte, wo? Ähm... Ach stimmt, da kommt die Batterie rein, ne? Ja, da oben! Zum Glück haben wir das Ding schon geholt, Alter. Sonst müsste ich jetzt nochmal zurück und wieder hoch. So. Ich hoffe, das ist jetzt nicht auf Zeit. Ich hoffe, das ist jetzt auf Zeit. Ja. Das ist sowas von auf Zeit. Ja. Das ist sowas von auf Zeit. Das ist sowas von auf Zeit. Muss ich denn da lang? Das läuft so rum. Du kannst ja einmal, einmal... Ja, aber ganz einfach. Du wirst echt nicht rein. Ach du Scheiße! Was war das? Was war das? Aufgrund ist er gerade genau rechtzeitig aufgestanden. Hab ich kein bisschen gesehen, ne? Was war das? Eine Bombe ist ja wahrscheinlich eine Bombe. Hat auch keinen Schwein gesehen, Alter. Äh, da war doch nix Motsches oder so? Doch! Jetzt war auf Zeit. Oder an ihn gerade. War das jetzt Zufall oder muss das so sein? Wenn das jetzt echt auf Zeit war, hab ich da ein gutes Timing, Alter! Einmal zwischendurch in die Luft jagen lassen? Und da drin! Kann ich jetzt aufstehen. Oh! Was ist wieder an ihn in der Tür? Oh! Oh! Wer hat das nicht im Keller? Ganz ehrlich, ich hab das auch im Keller! Ich hab das auch im Keller! Mit so viel, gar nicht! Jeder denkt mal, oh Mensch! Oh! Oh! Ich hab mich mal tot! Ja, Olle! Ich mach mal auch tot! Ich freu ja auch, wenn mir die Leben kommt! Dann gehen wir mal hier! Guck! Reiche haben! Das erinnert mich an den Anfang des Spiels mit unserem Freundchen da! Ja! Der noch mal kommt! Der kam schon 2-3 Mal! Der regt mich jedes Mal auf! Das wird in der Kartenfragment! Guck mal! 18 ist nix, okay! Kein Name! 18! Wir haben doch möglichst 5 oder so gefunden, Alter! Ich hab mir jetzt aber nie Mühe gegeben, das zu finden! Oh! Siehst du, was ich sehe? Ihhh! Voll Thorlight! Ich hab aber... Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich... Ich hab das echt Thorlight! Was zu... Nein! Freunde! Was war das? Kräfte Menschen! Nein! Was hat das Ding da hingelegt? Wer war das? Besser... Nein! Ich weiß, es kommt einmal ein Riesengegner, aber... Was ist denn eigentlich hier? Bei diesem Schleim noch irgendwas verbrennt! Schleim, das Blutalter! Ja, da kann man doch nix drin verbrennen! Und das ist ein Darmausgang! Definitiv ist das ein Darmausgang! Der Arsch! Der Arsch! Und hier ist Darm, Leute! Guck mal, hier ist Darm! Ihhh! Wer hat... Wer... Wer isst gerade was beim Let's Play? Wer ist gerade am Essen? Guten Appetit! Wer ist da... Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Ach... Ein Schockdinger! Ibig ist da... Ei... Es kommt eh gleich wieder ein Schocker irgendwo in... Bombe explodieren oder irgendwas... Attackiert dich ganz heimlich! Wie, da wärs seine Tage! Ehre Tage! oh gott ich sehe was siehst du was ich sehe da rechts dieses ja rotieren könnte leicht gefährlich ich habe das ja das sagt doch schon alles nicht einsetzen da musst du noch durch das irgendwie deaktivieren und ich gehe da nicht einfach was aktivieren oder deaktivieren was war das? was war das? da ist geboten das geht mit ner flusche? wirft man die denn? weiß ich auch nicht ich hasse es er geht so langsam darf das befalle eigentlich nicht wahr? ah, wenn ich jetzt dazu falle, Lücke, ne? da kommen die doch alle hoch die sollen mal kommen ich will wissen ob die falle sind ok einer ist schon von dir das hat doch mal ja ja das war halt mega geil dass wir das irgendwie gut ausgerüstet haben ok die aber auch krass da waren alle spritzvoll alle erwischt ne einer ist noch da aber wenn die nah genug dran sind kriegen die 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 also aktivieren die die ja ich bin nicht so schlecht wie anderen ja am anfang, ne? ja am anfang war es nicht so darf ich noch guckt ob du merkst dass der fehler ist wollte ich nur wissen ob du so schlau bist und das ist ja ja das ist nicht jetzt aber was ich darf? aber war ich mitten im spiel da war nur eine pause dazwischen intelligenztest genau du erschrickst du erschrickst ich sag ja damit du drückst der braucht nicht schießen oh warte ich treff ihn nicht oh arme Muni ja der wollte sich partout nicht treffen lassen wir sparen jetzt die ganze geile armbust Munition für den Boss ich glaub das ist gar nicht so doof weil die macht am meisten scharf äh ist voll gewinkelt hier alter genau äh ne ja ich hab mich doch eh nur selber wenn die so eine granate einsetzen ich kenn mich doch ach guck mal man muss hier rein ach gut sei doch nur lauter so eigentlich kannst du sogar vorher gucken wo du klicken musstest das blaue Feld ist nämlich vorher schon angezeigt bevor du da rein gehst da kannst du dich so ein bisschen drauf vorbereiten weißt du ja ich hab nicht gedacht dass das hier so verwinkelt ist ja ich hab nicht gedacht dass das hier so verwinkelt ist ja ich dachte so ein bisschen krein im zwischenbereich heute ist das dunkel ne wo ist eigentlich Toady der wurde mal von Rubik entführt ich würde mal gern wie so ein passiert ist ich hab noch in irgendeiner wand fest Rubik hat den nicht gekriegt der ist festgebackter auf der flucht ist er auf der flucht festgebackt scheiß drauf hey Josi wie geht's dir ja ich häng dir grad in der wand fest aber Rubik hat mich nicht gekriegt ja genau das ist die Hauptsache Rubik hatte gern bock er hat mich nicht ich wollte mich nicht dass der was ist das da ist irgendwas was ist das was ist da für ein Geräusch alter da ist irgendwas das rotieren kann ich seh das doch ich seh das doch ah siehste guck mal wie gut ich aufpasse so jetzt sind wir aufpassen da ist irgendwo was das aktiviert mhm oder deaktiviert alter und da ist es ist so verdächtig auf mich OHH da ist doch meine Güte das ist das Tuch ach so ich hab so gute Soundkarten hier ist noch irgendwas leute nur so zur vorwarnung wenn jetzt irgendwas hier aus dem dunkel nicht anspringt dann habt ihr ein hörschirm also wer uns kennt weiß dass er hat nicht die schuld also muss ich ich verarsche was meinst du da im wind hier i don't know irgendwo ist ne dummer falle wo man aus den rhein rennt und dann kriegt man wieder alles abgehängt da dazwischen da geh ich bestimmt nicht durch ja die mit dem scheiß flaschen also scheint richtig zu sein das ist sehr knapp gewesen hast du gesehen dass man sehr klar dass ich gesicht gesprungen das ding geht jetzt maschine ja 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 ist das wieder auf zeit ja ja sonst würde es nicht so stress wie sie gehen aus dem ich hatte einen Vorschlag haben alter ich hab das gefangen Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Und das segne er? Ich hoffe nicht. Was? Yay! Ähm... Äh, was ist er denn? I, und, und, okay. Oh Gott!bin,idos! Вот der Spene! Oh Gott! Oh nein... pas auf passa什麼? Ich hab die Spreche so leicht! Bah ich schneller! ich sehe schon wo man treffen muss das musst du treffen ach guck mal das geht hoch und runter, ach wie schön da komm ich nicht durch wenn ich stehe das war jetzt uhren zufall alter das war mal auf dem falzen, der zumfall war alle auf dem falzen oh warte mal da ist noch mehr, oh god das sind glüheisen alter, muss ich da jetzt durch? ach so, ach so, ach die kommen nur einmal ach die kommen wieder zurück ja dachte ich auch wo muss ich durch? ach ne leute ach so halt das war so was von knapp weil ich glaube ich wäre nicht durchgekommen wäre ich da weiter noch mal gegangen, weißt du? kommt da noch an so eine Hürung, freut ach was ist das kein das ist das das ist das wie Wollt ich grad sagen, das sieht irgendwie verdächtig aus. Ich tau den gibt's doch nicht. Gibt's da eine Weite erlauben? Soll ich's probieren? Oh komm, das geht doch. Ja, was ist das für ein Ort, Alter? Da hat er irgendwie was getestet. Wie? Ich hab unsere Suche mit Rutsch. Oh, der hat geklappt vor uns. Irgendwas. Oh, was ist das? Wieder so'n Dicker. Achso, so Dicke musst du hinten am Geschwür treffen. Das kenn ich von Resident Evil noch. Das wär. Da ist ein Dicker. Ach ja. Der ist aber fest. Das hab ich nicht getroffen. Aber das geht. Okay, das ist immer gut. Und ich komm da nicht durch. Oh Gott, ich komm hier nicht weg. Ich komm hier collaboration. Ich komm hier hin. Oh Gott, wir wollen dort nicht weg. Ah! Ich komm hier hin! Junge unter eisigklappen. Ich komm da. Nö, ne? Ich treffe mir das nicht. Alter! Alter, geh hier weg. Also gegen zwei. Oh, ne. Aber das geht nicht. Als ob du sie frieren kannst du sie nicht. Ich weiß nicht was machen. Oh! Ja. Ey, ganz ehrlich. Ich bin langsam. Ich kann kürzen. Kann ich kürzen? Kann ich probieren eigentlich. Ja, da krieg ich nicht. Oh nein. Boah. Ja, Alter. Wie sollst du die Ohne wohl nicht schaffen, ey? Wollen die mich verarschen wieder? Ja, komm, kill mich. Ich hab keinen Bock mehr. Ey. Wie sollst du das denn schaffen, Alter? Boah. Ja, jetzt kommen die wieder von... Ja, wir haben nichts zu wollen. Geile Sache, Alter. Geile Sache. Wie soll ich die denn schaffen, die zwei Moonbolle? Ach, jetzt ist er um die Ecke gegangen, der Begriff. Boah. Ich kann nicht mal mehr rennen. Ja, die drehen sich auch so schnell. Ach, der. Ah, der ist auch Feuer da! Boah Leute, das regt grad so auf, ey. Du hast keine Muddy und die rennen die immer hinterher. Und schnell sind sie nicht, aber trotzdem. Was hat mich jetzt getroffen? Eine Flasche oder was? War der? Ja, der hat die doch noch nicht... Ja, der hat eine Flasche erwischt. Ah, ne. Bis jetzt dran. Alter. Alter. Ja, bis zur nächsten Folge. Also, wir gucken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017